hallo wie tiefsee freunde bei einer neuen ausgabe von bad games tycoon und wie versprochen sind wir jetzt dabei die nächste herausforderung in sachen produktionsversuch zu starten hier sind die angebote haben wir den am meisten aber 19 wochen uns wenige 4 millionen hatte mal erwachen wir wir mal mit dem hier würde ich sagen 19 wochen dreieinhalb millionen ist aber mal langsam an jetzt produzieren die die spiele hier diese igrams spiele ihr seht hier 15 wochen haben wir noch ja das sieht gut aus machen wir hier weiter nicht einschlafen geld verdienen das ort auch nichts mehr alle start gespannt auf die borschungs und ist okay was aber hier kinder alles schaffen hier das raus jetzt geht der lage im stadt nach unten steht jetzt hier alles nichts mehr da jetzt kommen die nächsten dann auf die offene liste hier aber dieses spiel war gut gemeint erstmal ist eine graf auftrag hier mit strafe zahlen das werde ich ja komm Fiktil ist raus, okay. Gut. Wir probieren mal den nächsten Auftrag. Mit der Maschine laufen. Äh, kein Leben. So, jetzt wollen wir mal weitermachen mit den ähm, Spielen. Was können wir denn da machen? 14 Millionen. Ach, mein Christ. Was ist denn? Die Wasserliste-Card. Warum nicht? Ah, das ist vorbei. Das ist da. Alle Alters. Äh, Auto. Äh. ein Sport und dann machen wir hier mal jetzt Engine natürlich wieder mit der Futura Duper Futura Duper Sens brauchen wir keine dann geht es weiter also ich wollte ja den Text doch nicht annehmen oder äh das ist da Gott immer der dafür äh so nochmal Gameplay würde ich sagen Spieltänge Funnen vielleicht sehr schön derart ja alle Spanachen natürlich oh ja 6 Spiel also machen wir hier bitte das weg das weg das ist das go So, während die da das machen, machen wir hier mal weiter, würde ich sagen. So. Machen wir natürlich auch mit dem Windows weiter, ist auch klar. Jo. So, Forschung, jetzt krieg ich bald nichts mehr da zum Forschen, macht aber nichts, weil wir uns aufs anderes konzentrieren. Äh, zack. Naja, jetzt müssen wir gleich mal gucken, dass die weiter machen, Bucketing-Kampagne machen. So, und jetzt geht er nicht. Alter, immer wieder da rein, das geht bei eigenem Spiel. Machen wir bitte Gameplay. Dann machen wir bitte auch die Grafik. Machen wir hier den Ort wieder. Machen wir wieder Leute. Dritte. Ja. Ja. Sehr gut. Arbeiter mangel. Was ist das? Aufstiegzeit. immer schön den Überblick behalten. Ganz wichtig. In der Soundstudio können wir auch noch was machen. So. Jetzt geht es mal rund hier. Was? Habe ich den nicht? Moment. Scheiße. Echt halt. Hab doch genügend Besuch. Ah, warte mal. Was ist anders hier? Ausbauen hier. Wir haben ja noch Platz, ne? Das ist das, was ich meine. Hier sitzt. Oh. Nein, 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 nein. Äh, nein. Ach so, doch. Er verkauft die ganze Einrichtung. Aber jetzt, ja. Also nochmal. Stopp. Ich will die bitte nicht mehr machen, wenn es geht. So schlau war das Spiel ja doch nicht. Dann machen wir hier mal einen kurzen Stopp, weil dann muss ich mal äh, war die 10.000 äh, 10.000 die 10.000 1.000 und das 1.000 1.000 2.000 2.000 5.000 5.000 6.000 ok also jetzt läuft es wieder hoffentlich also nächster auftrag bitte was geht der 50.000 das mit dem hype hier haben wir den hype gestartet ja nicht läuft da werden die anderen gleich wachs ja 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 jetzt wird hier ordentlich ja in identifier Ah, von Fish Life, oder? Mal gleich hier. Fish Life Remaster. Nee, Goldversion. Fish Life Gold. Genau, so machen wir das. Die Geschichte. Die Geschichte. Alle Sprachen sind da. Dann machen wir das. Goldversion. Schauen wir mal, ob das die Fans akzeptieren. Mehr als schief gehen kann es nicht. Voll, Produktionsauftrag läuft. Geld verdient, wenigstens etwas. Ja, man kann auch nur so Geld verdienen, natürlich. Also nur jetzt produzieren und so. Aufmerksamkeit machen. Aber wir wollen ja noch nebenbei ein bisschen Spiele. Also jetzt ist bald hier ein bisschen Hypen hier, würde ich sagen. Ach jetzt. Ohne hier. So. muss er Zeit machen hier. Hä? Eigene Messe, wenn dann. So. Wollen wir keine Messe mehr besuchen, sondern wir machen eigene Messe. Aufgrund der Größe, die wir haben. Würde ich mal sagen. Stunden. Wochen, Leute, Mitarbeiter. Grafik verbessern. Der ist gut, natürlich. Ich mache mal eine Kampagne für, äh, für Volk. Oh. Und dann hier. Radio. Fischlife Goix. Unser erstes Spiel, glaube ich. Mal richtig hier rausbringen, ne? Damit die Leute mal sehen, dass wir auch Fischspiele produzieren können. Da hin. Nach dem eigenen. Ja. Äh, Car und Volt. Mal schauen, was die Fans dazu sagen. Woll. Läuft. Wollte ich machen mal eine weite Fragen. Wax. Wachen. Wollte ich auch. Ja. Was ist denn die Kampagne? Sind wir schon fertig oder was? Ah, das schaffen wir nicht, den Fertigungsauftrag da unten. Ah! Okay. Na gut, aber das schaffen wir nicht mehr, wenn man es gerade sieht, da unten. Strafe! Ja. Wachs entfernen, das dauern wir noch ein bisschen. Ja, viel zu tun hier alles, so einfach, so, pass auf, können wir hier mal Grafik verbessern bei... Das wird schon ausgeführt, ne, den Sound habe ich gemacht. Genau. Das müssen wir noch machen. Und nebenbei ein Publishing-Angebot, das Search World War 3. Was soll da machen? So. Lass uns mal ein bisschen früher... Lass uns mal so, oder? Das war so, oder? Ja. Das war so, oder? Das war so, oder? Ja. Welchen Wert hat diese... Hä? Ja, nicht ohne. Sprech. Spielspauser-Wort... Dann mal produzieren, Freunde. Äh, machen wir mal bitte was hier. Gefühlt sich unterlage jetzt hier, 1,4 Millionen kann man lagern, das müsste eigentlich ganz gut passen. Werbung kann man natürlich nicht halten, oder? Dauerhaft, bitte. So. Ach, weiter. Ein Überblick verloren jetzt mittlerweile. Aber reduziert, das passt. Was haben wir noch für Wochen? Ich will jetzt keinen anderen Auftrag annehmen, weil ich ja schauen will, dass wir die pushen für World War. Der Hype ist noch nicht so ganz da. 60. Schauen wir mal, was haben wir hier? Eine Woche. Was ist los? Oh, 100.000 in der ersten Woche. Das sind... Werden wir produzieren. GTA beschmutzkatze. Nee, 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 nee. Produzieren. Äh, was da? FischLive. Äh, nein, noch nicht, bitte. Äh, Marketing-Kampagne, bitte, wenn's geht. Und zwar nochmal für... Das da, würde ich sagen... Das da, würde ich sagen... Läuft ja richtig gut an. Wann mal schon gewinnen, wenigstens. Sehr gut. So, jetzt pass auf. Das läuft so weit. Jeff Gold ist noch nicht fertig. Äh... So, ja, ist blöd. Warten. Auf jeden Fall macht das super Gewinn hier. Wir produzieren da noch ein bisschen was. Können wir sagen 100.000. Können wir da noch ein paar Rest-Spätkäufer da befriedigen können. Wann sagen... Oh ja, hier Bugs. Bitte entfernen bei FischLiveGold. Hier ist er jetzt, glaube ich, so weit fertig, oder? Wann drum und dran. Ja. Passt doch. Äh, machen wir hier mal... Na, nee. Wachst du? Weiter... Dann können wir da unten dann bald eine neue Engine machen. So. Können wir jetzt noch eine Produktions- Annehmen? Ja. Schauen wir mal an. FischLiveGold ist bald fertig. Ja. Also, es geht noch nicht. Ah, schade. Immer durch Streetcar und... Nein. Was? Was da? Okay. Fast 3 Millionen haben wir da eingenommen. Das ist fast. Das ist okay. Jetzt FischLiveGold fertig. Und noch. Arbeiten. Das schaffen wir noch. In dieser Folge. Jetzt erstmal keinen Auftrag annehmen, weil ich erstmal schauen will. Ja. So. Haben wir jetzt alles für heute fertig von Streetcar. Aus. Entwicklung. Apfel. Yes. Schauen wir mal. Genau. Und? Ich weiß gar nicht, wie viel müssen wir denn erreichen? Hat es einer... Hat es einer... Ja, komm. Okay. Gut. zwei wochen zu langsam ok the world war 3 ist raus ein bisschen was eingenommen passt was wollen wir hier da folge entwicklingen eigentlich eine engine wird man auch noch machen da machen wir zuerst eine engine würde ich sagen und zwar die machen wir raus und zwar heißt die slim fast extra alles und die kostet dann praktisch mucht machen wir hier mal das ja gut weiter mal forschen produktionsaufträge mal annehmen das fertig das das schade das 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 Hauptschore hab er nicht spielfärdig gemacht hat Die hat gepasst. Das war wichtig. Darrellwelken ist schlecht. Das war wichtig. So. Hier hin. Das war zu viel. Dann machen wir das raus. Das war wichtig. Was ist das? Was ist das? Okay. Haben wir jetzt den Fisch live? Ich habe gewundert die Marketingkampagne. Bleib real. Dingskurs starten. Da müssen wir doch auf die nächste Folge warten. Aber ich denke mal, die Spannung bleibt da. Wir müssen Geld verdienen, Freunde. Also, in diesem Sinne. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.